So, das wurde bei Zero Escape, Zero Time Dilemma. Ich würde sagen, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, was zur Hölle in der letzten Folge eigentlich passiert ist. Wir hatten einen wunderschönen blauen Button, der eindeutig gedrückt werden wollte. Wir haben ihn verschmäht, links liegen lassen, die Tür ist trotzdem aufgegangen. Und dann hat ein Killer sein Unwesen getrieben mit einem verdammten langen Zahnstocher und er hat uns im Prinzip alle ausgeschalten. Das heißt, nicht wirklich ein Happy End für das D-Team. Und ich würde sagen, wir drücken einfach mal den blauen Button. Vielleicht ist es der Töte-den-Killer-jetzt-sofort-Button. Sitzt er irgendwie auf so einem komischen Brettchen, das runterklappt über einem Säurefass. Ich weiß es nicht, wir werden es rausfinden. Flowchart, wo waren wir eigentlich? Ah, wir sind blau. Stimmt. Wir hatten noch nicht so wirklich viel zur Auswahl. Don't Press Button. Dann würde ich mal sagen, wir pressen den Don't Press Button. Weil, fuck the system. Ganz einfach. Das Zeug hier können wir überspringen. Und wir müssen uns auch nicht eine Minute lang anschreien lassen. Deswegen drück den Button. Das ist ein wunderschöner Button. Er will deine Liebe, die Wärme deiner Hand spüren. Time to the side. Jo. Was wir machen? Wenn ich die Neugier stillen, was zur Hölle passiert, wenn dieser Button gedrückt ist. So schlimm kann es nicht sein. Der ist blau. Oder? Das blau hieß nur, es ist eine blaue Explosion, die dich tötet. Ja. Ich glaube, das war Game Over für alle. Kann das sein? Der ist relativ schnell aus dem Ruder gelaufen. Okay. Completed suppression. All sections cleared. Dann würde ich mal sagen, lasst uns direkt das nächste Folgendor auswählen. Ich denke mal, die anderen haben hier noch nichts Neues. Nope. Wir haben hier noch einiges. Ähm. Sollen wir das nehmen? Sollen wir das nehmen? Was ist mit der Waffe? Was auch immer ist es. Sieht ein bisschen aus wie... ...Aussure 2. Waffe durchs Guckloch. Bin mal gespannt, wer sein Auge verliert. Feier. Feier. Diese Rüge ist... ...die Trash-Disposal-Rüge. Ist das nicht, was sie auf der Karte genannt hat? Nate. Wo ist Feier? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Ich wachte, sie war bereits weg. Auf der Bauchredner. Vielleicht hat sie aus diesem Raum geklappt. Du denkst, dass wir können? Es hat eröffnet. Sigma, es hat eröffnet. Und? Ähm, ähm, also... ...ich erwartet nicht wirklich, also... Es ist ein Revolver, einem Glassarg, einer Kette... ...unter den beiden gewesen gerade eben. Feier! Hey, was zur Hölle machst du da drin? Ich kümmern mein nächstes Album. Was denkst du, was ich hier mache? Ich bin hier in den Karten. Du bist in den Karten? Warum? Wie soll ich es wissen? Das ist, wo ich war, als ich aufgewachsen bin. Ich habe dich in diesem Inzinerator. Ähm, okay, das ist nicht gut. Das könnte ganz schnell ganz ungemütlich werden, wenn wir die da nicht rausholen können. Hör auf, wir werden dich jetzt raus. Verdammt, es ist lockt. Ist da ein Kabel? Ich sehe nicht einen. Wahrscheinlich ein elektronischer Lock. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Inzinerator Startup will now commence. Incineration in 30 minutes. Es wird okay, Fi. Stay calm. Du bist derjenige und freigend hier. Anyway, wir müssen etwas machen. Either stop the Inzinerator Startup, oder unlauch die Tür. Okay. Okay, ich werde sehen, ob ich etwas auf dieser Seite machen kann. Ich bin auf dich. Das sollte meine Linie sein. Hey, ich würde gerne den schlechten Sonnbeirn von meinem Leben in hier verhindern. Lass uns hurry. Genau. Oh, Mist. Eine halbe Stunde? Okay, ist das wirklich ein Timer, den ich habe, oder? Oder ist das eine Fernseherhalbe Stunde von wegen? Okay, das war jetzt eine Dreiviertelstunde, aber ist auch okay. Na gut. Ist das eine Gas-Torch? Jupp. Eine kleine Gas-Torch. Das macht mich, dass wir etwas Fleisch oder Fisch sehren wollen. Wenn wir es sicherlich machen, würde ich definitiv etwas leckeres essen. Mal gemein, würde er was essen. Wäre wahrscheinlich nicht so ganz schlecht für alle Beteiligten hier. Okay, wir haben einen verdammten Revolver und einem Glas-Sack, der in der Kette hängt. Das war nicht irgendwie falsch gesehen von mir. Das ist genau das, was da oben ist. Das wäre eine Möglichkeit. Gut, ich habe in die Schränke schauen. Okidoki. Ist das eine Maske? Ist das eine Maske mit Gargeln? Wenn die nichts tun, was soll er da kommen? Ich kann mal durchgucken. Jupp. Das sieht aus wie eine Gas-Maske. Oh, es wäre etwas wie das hier. Warum nicht versuchen sie es an? Sie sehen vielleicht gut. Wenn du denkst, dass alles, was eine Frau wehrt, ist okay. Du bist sehr falsch, Herr. Ohohoho. Was ist denn da los? Das sind ganz andere Töne. Es ist eine Toolbox. Es ist eine Toolbox. Wir können es nicht öffnen, weil es nicht öffnet ist. Und ein Tool, um öffnen zu öffnen, ist es in der Box. Damn you, Zero. Wahrscheinlich. Aber ich denke, wir kriegen auch eine andere Möglichkeit. Vielleicht die irgendwie aufbrennen damit. Nope. Aber kann es sein, dass es keine Gas-Maske ist? Ich wollte gerade sagen, dass es keine Gas-Maske ist, sondern irgendwie Nachtsicht? Oh, shit. Das ist eine Heads-Up-Display-Maske, wo du plötzlich irgendwelche Hinweise... Tick. Nice Aluminium. Plastick. TIC scheint extrem wichtig zu sein. Gehen wir hier ganz kurz hin. Da ist mir nur was drin. Es ist nicht öffnen und es sieht, wie es lockt ist. Zahlenschlosser. Ich sehe ein paar Bilder im Luft. Was sind sie? Hey, um, ein Schreiber und zwei Schreiber, ich denke. Vielleicht ist es ein bisschen eine Art Kluge. Let's take a note of it. Ich denke, wir können hier ein paar Nummern drauflegen. Ich gebe es einen Versuch. Weil ich die richtigen Zahlen nicht habe. Gramm. Okay, da ist ein G dahinter. Das sollte irgendeine Gramm-Angabe sein. Wie viel Gramm wollte denn? What the fuck? Was ist gerade auch schon da? It says stop here. So, maybe it'll stop the incineration process. If it does, then that's one less thing to worry about. Let's find a key in. That fits. Okay, we definitely feel calmer once fire is safe. Wait a second. Isn't this keyhole too big? Nee. Krieg mal hin. Okay, da ist nochmal ein Button. What's this? Is that a Button? Hmm, looks like it. There are four screws holding the cover in place. I can see the button here. Okay, screwed on. Kann ich mich da irgendwie durchbrennen einfach? Nope. Okay, funktioniert auch nicht. Ich lasse die Maske auf, denn scheinbar gibt es auf jeden Fall gute Hinweise für was auch immer wir hier machen müssen. Okay, ich würde mal sagen, wir... Heilige Scheiße, das sind viele Buttons und wenig Beschriftung. I think moving the slider changes the ladder. I want to know, what's it for? Maybe getting the correct combination will stop the incineration. Eh, not likely. But it's still worth a shot to see what it does. Okay, man kann halt wirklich von A bis Z irgendeinen Buchstaben ausbilden. Ah, warte mal ganz kurz. Drei Buchstaben? Habe ich schon mal gesehen. Tick. Okay, ich complete it. Was macht das jetzt? Oh, fett genug. How about this? Oh, the shutter opened. What? How did you know the answer? It couldn't be a coincidence. But it was... I just got lucky. I didn't expect to open either. Okay. Achso, weil ich das Plakat wahrscheinlich nicht angeklickt habe. Ich habe es zwar gesehen, aber die haben es nicht wahrgenommen, dass da was steht. Yeah. Okay. Now it's bright on here. I'll look for something. Guys, you okay? Ja. Ich meine, wir sind außerhalb vom Ofen von dem her. Die Frage sollten wir die eigentlich stellen. Wenn ich noch irgendwas anderes hier drücken. Das ist die gleiche Münze, die wir im Spielraum gefunden haben mit dem C-Team. Was macht die denn hier? Okay. Jetzt haben wir irgendwie nicht mehr wirklich was machen zu können. It looks like a control console. But nothing's happening. We touch it. Vielleicht magst du nicht berührt werden. Vielleicht ist es schüchtern und will erstmal irgendwie zum Essen ausgeführt werden. Weiß auch nicht. Noen Vorschlag. How are you doing over there, Fai? Alright, I'm looking around. Ah, okay. Jetzt können wir hier von der Seite spielen. Aus dem Ofen raus, sozusagen. Nicht so wirklich geil. Ein Haufen Müll. Oh, okay. Da ist ein... Hey, this is... Screwdriver. Flighthead. Nothing special about the flighthead screwdriver. The grip is hexagonal. It's just a tool. Ja, ich weiß, aber das ist ein Wichtiges für uns gerade. Jetzt brauchen wir irgendwelche Zahlen. It's a wait station. I'll try waiting the screwdriver. 133 Gramm. Okay, warte mal. Wir hatten eine ähnliche Konsole drüben. Auch Gramm dahinter stand. Das heißt, wir müssen mal 133 einfügen, wahrscheinlich. It's the hole for the dust shoot. It's impossible to send things from the side. Okay, shit. There's nothing I can use in this pile of trash. Man, it really stinks. Thanks. Das hat Müll so an sich, Lady. Kann ich irgendwas hier durchgeben? Can you hear me, Diana? How's it going there? I'm searching everywhere. Okay, wir wechseln, indem wir hier ans Fenster ranklicken. Das heißt, wir geben jetzt hier mal 133 ein. Gewicht des Schraubenziehers. Failed. Ah, okay. Und zwei Schrauben. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie schwer zwei Schrauben da noch sind. Okay. Wie schwer sind zwei Schrauben? Ich habe keine Ahnung. Wie schwer ist eine Schraube? Das Schraubenzieher 133 ist. Boah, keine Ahnung. Zwischen 5 und 12 Gramm oder so. Ich könnte es durchprobieren, aber ganz ehrlich, ich gucke mal, ob ich irgendwie mit drin was abschrauben kann und dann davon eine Schraube wiegen kann. Bevor ich jetzt am Rumraten bin. Ah, hier. Wer ist damit? Das war screwed on. Der hat es connected to the outside, though. Ich kann sagen, damit. 188 Pfund. Okay, 188 Pfund. Wir können sie wiegen, Lady. Wir können sie wiegen. Was haben wir denn? 22, das heißt, 11 vereint. Ich war halt gut geschätzt. Was heißt, wir hatten 133? Ähm, 233? Plus 155 dann. Plus die 255. Ja, okay. Was können wir jetzt da machen? Können wir jetzt da irgendwie, ist es die Durchreiche? Well done. No one can send. Ah, okay. Thanks to the other side. Die gehen da nicht durch. Vielleicht der... Okay, die wird wahrscheinlich auch nicht durchgehen. Was? Die Maske ist zu groß, aber... Die komplette Toolbox... Okay, ist ein bisschen albern. Wir haben im Schrank gesehen, dass die Maske größer... Dass die Toolbox größer ist als die Maske, aber okay. Komm mir aus. Mal auf das Ding. Ist jemand denn da drin? Okay, was ist da drin? Uh, it's some kind of puzzle in here. It doesn't look like the tools are set correctly. It's just like a puzzle. What? Okay. Ich muss einfach gucken, wo die reinpassen praktisch. Oder wie läuft das? Muss ich die dann so mit Kreuz auf... Ah, okay. Die Kreuze sind wahrscheinlich Hinweise, dass da eben ein Kreuz dran sein muss. Das heißt, ich muss lucky werden erstmal. So rumprobieren und gucken, ob ich vielleicht irgendwas schon richtig hinlegen kann. Das könnte da hinpassen. Das... Okay. Okay, das könnte da hinpassen, aber dann passt der Hammer da nicht hin. Ich meine, ich kann den Hammer hier hin machen, aber dann passt... Okay. Ich baue es einfach mal auf, während ich dann das Zeug reinziehe und gucke mal, ob ich es... irgendwie alles unterkriege. Oh, der ist breit. Okay. Moment. Oh shit, das Ding ist richtig groß. Aber passt. Okay. 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 Nee, das stimmt nicht. Mal umdrehen. Oh, ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe es. Ah, komm schon. Jawohl, okay. Das müsste es gewesen sein. Das passt dann noch da rein. Yay, okay, das war nicht so schwer. Completed. Und jetzt? Good, they're all in place now. Oh, the button compartment opened. Oh, okay, note. Max out the needle. Max out the needle. It says max out the needle. Needle, huh. Diana, is there a needle over there? A needle? No, I don't think so. Oh, but there's a needle over on the meter. Which meter? I think it's for a thermometer. I see. Shit. Das heißt, im Prinzip ist der Hinweis, wir müssen sie verbrennen, dass wir hier rauskommen, dass die Tür sich eröffnet. Das ist nicht cool. It's your time. Crawl over there. Crawl over here, through this hole. You got this. You old bastard. That's impossible. Just get stuck because of my big chest. Enough. Do we even know what big is? The diss, Alter. Diana. Could you take off your clothes? Wait. What are you talking about? We need to be serious about this. What are you talking about? Wollt ihr gerade anmerken, dass Diana's Bubis größer sind als die von Fai? Okay. Ich weiß. Okay. Will ich mal drauf achten. Vielleicht. Ich wollte eigentlich eher schauen, dass ich irgendwie den Schraubenzieher rauskriege. Well, 180, 80 pounds is about 85 kilograms. What is with this weight? Oh, maybe. Sigma, how much do you weigh? Huh? What's with this? What's with this all of a sudden? How much do you weigh? Call HR. This is sexual harassment, old man. Just answer. Is it 1 of 88 pounds? Yeah, more or less. How do you know? Is it a coincidence it says that? No, it can't be. It must be a part of Sirius' plan. Okay, 198 Pfund. Müssen wir 198 Pfund da reinkriegen? Ich glaube nicht, dass wir Sigma da durchstecken können. Das wird nicht funktionieren. Okay, lassen wir schauen, wie es den anderen hier geht. Hm. Keine Ahnung. Was können wir noch machen? Schraubenzehr kriegen wir nicht hoch. Können wir hier noch irgendwas schicken? Gasbrenner vielleicht? Oh ja, okay. Got it. Yes, Gasbrenner. Yes, Gasbrenner. Fight fire with fire, they say. As if this tiny torch will outburn and outburn an incinerator. Ich befürchte auch nicht. Vielleicht kannst du irgendwas anderes damit anzünden. Bitte keine Plastiktüten, Mann. Das stinkt ein bisschen eklig. Die riechen furchtbar. Okay, was ist eigentlich hier? Das muss ich hier aufheizen. I wonder how much heat I need to max. Okay. Hey, Fai. You okay? Huh? Well, I'm not baking yet. Did something happen? The needle on the thermometer here is shooting up. Is it getting hot in there? Oh, I'm fine. I see. So, it is connected to the thermometer outside. I'm so glad. The coin here is? Okay. Damit fällt hier die Münze ab. Oh, the coin came off. This just looks like a regular coin. I doubt there's anything to it. But I bet we can use it for something. Okay. Münze. Was ist der Hölle? Hier gibt es keine Spielautomaten. Au. Au. Okay. Dankeschön. Ja, ich kann wahrscheinlich damit die Schrauben abmachen. Ich habe mich gerade zurückgegangen. Was kann man mit Münzen machen? Stimmt, man kann Klotüren aufmachen und Leute erschrecken. Das funktioniert mit den Dingern auch. Die haben extrem große Schlitze. Das klang komisch. Okay. Oh, could we use this coin to unscrew it? Jawoll. Yes, they're off. Seems like we didn't need a screwdriver. We removed the cover, but should we really up and press this button so carelessly? I'd like for a tiny guillotine to come out when you push it and chop off your hand. What? What? I'm going to forget you said that. Thank you very much. I'm pushing it. Oh shit. Was zuhörl ist das? Das ist die furchtbarste Frauenarztruhe, die ich jemals gesehen habe. Oh god. My hand is still intact. Something came out of the floor. What is it? It kind of looks like a chair from here. Oh shit. Oh shit. Irgendwie ein unbequemer Stuhl auf jeden Fall. This is a chair, isn't it? Should try sitting on it. Hey, don't be hasty. Nothing's happening. I see. It's harmless. Why is it here then? I want to try it out too. It's a little hard though. Sure. Maybe we can figure something out by sitting on it. Vielleicht. Oh shit. Die perfekte Größe. Oh, das Ding mit der Waage verbunden. Das ist halt 180 Pfund. What the hell? I can't move. Incineration in three minutes. Hey Sigma. Diana, what the hell is going on? Oh, scheiße. I think we tripped something. I'm strained. But Diana's fine. What did you say? No, why did I always fine when I sat on it? So why? Take a deep breath, Diana. We can get past this. We just deal with it calmly. Ach, du scheiße. Okay, hold on. I'll find a way to get the two of you out. I'm counting on you. Five's first. She doesn't have much time left. Oh, okay. Don't forget to lock behind you. The box that hung from the ceiling. Okay. This was hanging from the ceiling. Could maybe use the gun. Könntest du? Chainbox. Chainbox that was hanging from the ceiling. I need to get the lock open. I think the keyhole is hexagonal. Okie dokie. Das ist dann der Griff vom Schraubenzieher. Alles klar. Aber direkt runterschicken, das Ding. Und zack. Einmal die Kette ausblenden. Wie als würde es nicht da wären. Das ist easy, man. Padlock. Keyhole is shaped like a hexagon. Hm. Falls es noch nicht Hinweis genug war. Diana, I opened the box. Pull the chain up. Got it. Oh, gar nicht blöd. Macht sie mit der Kette. Dann zieht sie es wieder hochziehen. Und wir haben die Waffe oben. If I pull the chain up. I can get the gun. Ja, dann tauchte er mit. Ein Revolver. Was soll ich tun? Das Muzzle. Vielleicht wird es fit. Wo? Wo soll ich es reinstecken? Sag es mir. Ähm. Yep. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Ding reinpassen soll. Hier irgendwo ein Loch, das... Achso, hier. Au. Ich denke, die Waffe wird hier rein. Bitte fit. What the fuck? Die Waffe war ein Schlüssel? Au. Das ist eine dumme Position. Du hast es gefunden. Das war ein relativ easy Raum. Smooth. Einfach durchgeglitten. Hier sind die Vorbereitungen komplett. Zero. Und erst, ich erzähle dir eine Geschichte über die Vergangenheit. 17 Jahre später, eine Frau wurde getötetet. Als Ergebnis, nach einem falschen Begriff war zu sterben, seine Frau hat ihre eigene Leben gemacht. Ein Taxi-Driber stirbt in einem accident, mit dem Fahrzeug, einem Arzt. The child who awaited a critical operation also perished. Six people, all together. Why did these six die? Because of a snail. A single, solitary snail took the lives of six people. No, not just six, but six billion. Six billion people will lose their lives as a result of that lone snail. Life is simply unfair. Don't you think? Kann das sein, dass du die Geschichte ein bisschen falsch gelesen hast? Oder hast du lack gesoffen? To explain the rules. It should be clear that a revolver is set up beside the chair right now. It contains six rounds. Three are live, and three are blank, though they are randomized within the chamber. Pull the trigger, and the odds a live round will fire from the gun are six to three, or fifty percent. Oh, and the door to the incinerator. It automatically opens the moment it attacks the sound of the revolver's discharge. Live round, or blank. It doesn't matter which is fired. Three minutes remain until the incinerator fires. What will you do? Pull the trigger, or refrain. Diana, both of their lives rest upon your decision. Ja, lass dich nicht unter Druck setzen, aber die komplette Erde könnte zerstört werden, wenn du dich falsch entscheidest. Von dem her, schauen wir doch einfach mal, was passiert. Es ist kein Zeitpunkt, Diana. Pull the trigger! Was? Logisch. Welcher hat mehr zu bekommen? Wenn wir nicht den Trigger, würde ich natürlich leben bleiben. Meine Chance, die Überlebnis wäre sicherlich 100 Prozent. All right. But then it guaranteed Fi's death, as her survival rate would be zero. What happens if we do pull it then? The incinerator door would open, and Fi escapes. Chance of survival, 100%. And this choice still allows for the possibility that I may live. Blank round. My head doesn't suddenly have any more. It's 50-50. So you understand, right? It's either 100 in zero, or 150. It's obvious which one is the wiser choice. How dare you not even consider everyone else's feelings, Sigma? What if the shot is a live bullet? Do you really want Diana to end up blowing your head off with her own hands? But, Fi, if I don't pull the trigger, you'll... Don't worry about me. No! Diana, please, listen to me. What would be the most ideal outcome from this? Isn't it obvious that both of you stay alive? Okay, then think. Which one of those choices has that result as a possibility? If you don't pull it at all, one of us will definitely die. If you really want to save both of us. I'll have to... pull the trigger. Diana, no! You shut up! Incineration begins in 20 seconds. Oh, shit. Okay, er hat ja recht. Don't worry. Just trust me. No, don't do it! Ich werde ihm so den Schädel wegballern. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Fragment, wo wir irgendwie mehrmals spielen müssen, um alle möglichen Antworten zu kriegen. Und ich würde sagen, wir schießen. Ich glaube, das war nicht gut. Okay. Incinerator door is open. Incineration process terminated. No. It can't be. Ah, wir haben die Wand neu gestrichen. Nicht die Antwort, die ich haben wollte. Warum? Warum hast du das gemacht? Du Mörderer. Mörderer! Ich bin... Ich war nicht... 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 So, warum... Warum hast du... Ich war nicht... Ich werde dich nicht mehr sehen. Bitte warte mir, Sigma. Ich werde dich mit dir... ... bald. Wait, Diana, stop! Diana! 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 Okay, als Sigma es gesagt hat, klang es auf jeden Fall gut. Als sich jetzt zwei Leute erschossen haben im Nachhinein, klingt es nicht mehr so wirklich toll, aber ich denke, wir sollten es nochmal probieren, denn 50-50 Chance heißt, es könnte beim zweiten Mal klappen. Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, was wir hier noch für Möglichkeiten haben. Das heißt, wir schießen nochmal und wir schießen einfach mal nicht. Ich freue dich auf eine neue, spannende Folge Zero Escape, Zero Time Dilemma. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein!